Mein Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth By Sleep. Ja, wir begeben uns jetzt Richtung Prinzessin Aurora und wir holen uns jetzt erst mal wieder unsere... ...unser geilen Komato-Stil. Ja, okay. Okay, jawohl, jetzt kommt der Pettig. Zack. Aber das töntet ihn noch nicht direkt. Also sowas wie Schwerkfallen muss ich safe immer aktiv haben. Und finish him. So. Boah, alter. So. Äh, da ist ne Kiste. Antikraft gelernt ist schon mal gut. Da ist noch ne Kiste. Hallo, öffnen. Ne, 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 ne. Ne, da komm ich nicht dran. Okay, da hüpfte auch wieder nach unten. So, da ist noch ne Kiste, die nehmen wir auch mit. Mal kurz gucken. Kommando, äh, Kommando Decks. Hm, ich würd gern die... War das Sturmlauf oder Schwertfall? Status? Schwertfall. Dann kann ich ja Sturmlauf eigentlich dann gleich rauspacken. Ja, Kommando Fusion, können wir irgendwas? Sturmlauf brauche ich. Schwertfall mit Sturmlauf. Das ist was Neues, das will ich nicht. Schwertfall brauche ich. Au. So, hier hätten wir alle. Alter, Terra ist halt einfach wirklich saustark. Das Ass, äh, fatal ist hier, mich mal kurz auf. Genau, say goodbye. Als ob der jetzt das überlebt hat, nur weil er sich im Boden versteckt hat. Die Fall ist genau. So, hier müssen wir wo rein? Wir kommen überall rein, wo rein wir wollen. Wir haben ein Schlüsselschwert. Das fühlt sich so familiar. Was? Ihr Herz ist mit Licht, nicht der kleinsten Schmerz. Das ist nur das Schmerz. Das ist nur das Schmerz. Das ist nur das Schmerz, das ich brauche. Für was? Rather, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the Hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember, that darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. ... Luke! Luke! Take me! Hier ist es. Just what I've waited for. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did I...? What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this...? Vin! Yes, now you want to know where Xehanort went. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect six more hearts of pure light. Then we will rule all the worlds together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. Hmph. For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? Wait! O activinio. Hahahahaha! Ficaônio. they're gonna bring them the castle. I have to do something. terror hat ordentlich story ich kann zumal fissen kann ich dimensions links machen so dass die umgebungskarte wir speichern mal gerade noch nicht hier ist nicht wir müssen erst mal was kaufen so wie gott er hat es nicht sehr gut speichern wir sind aber stufe zwei seien halten eine halbe stunde mit sich verarschen ok ja dann hier heißen so ab in den gang ja 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 okay also ich muss sagen die ist nicht schlecht ja 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 man merkt halt er ist halt saulang das merkt man halt richtig er ist saulangsam und das ist das was mich ankotzt in solchen schwertspielen langsam es muss bei mir ich brauche geschwindigkeit ja la ja ein ja 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 Nein, weg! Alter! Alter, du Berlin, ich glaub ich sterb hier gleich. Mann! So long! Bleib doch mal hier, Junge! Nein, in der Fresse! Nein, in der Fresse! Alter, du Berlin! So kann ich keinen Weg machen! Ich bin zu, äh, also, das merkt man, Terra ist mir zu langsam und weil ich noch kein Vita habe, bin ich echt scheiße aufgeschmissen, weil ich einer bin, der reingeht. Okay. Dealing mit Ventus, mach's! Ah, komm mal! Ah, komm mal! Ah, komm mal! Tu war mit! hist преabile couple an, wir in den Treten in den Treten. Der Der Erre IP schon ist weg. Ah, allein! Je multiple sei. Je manipulate euch auf dich. Hier! Ich bin nicht mehr. Ich bin nichtStop. Ja! Geht doch! Diamantenstaub-Elemme, oh ne, da hab ich schon gar keinen Bock mehr drauf! Diamantenstaub ist so ekelig! Das ist kein guter Kommandostil! Es ist meine Schuld, dass ihr Licht verloren wurde. Es war, weil ich weich war. Ich bin sorry. Ich werde deine Licht zurückbekommen. Ich bin nicht sicher, dass ich mich auf die Dunkelheit stehe. Warum würde Master Xehanort im Priszen die Licht? Die Schöne 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 Schöne. Sie können die Antworten? Feengestirn Haben wir jetzt auch bekommen So, wir haben gerade mal zwei Level gut gemacht Das ist schon krass So, gucken wo es als nächstes hingeht Nach Cinderella oder nach Schneewittchen Schneewittchen hat drei Cinderella hat zwei Dann landen wir doch bei Cinderella Is something wrong? Es ist einfach so, dass meine Freunde mir die schönste Kleine Aber meine Stepmother und Stepsister verabschied haben sie Und ich war so sehr glücklich auf die Ball Die Schmutzung Die Schmutzung immer findet ein Weg in ein Woundedes Herz Du musst dich stärker sein Die Schmutzung des Herz wird dich durch die schwersten Aber ich... Ich... Unverschlich! also hier sind wir hier spielt die kampagne nach ventas alter kannst du bitte ja 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 die nase das ist nicht nett ins gesicht ich kann nicht mehr glauben die Kraft ist wichtig, aber das ist nicht alles, was du brauchst es gibt nichts mehr zu glauben nichts mehr, mein Lieber? oh nun, du hast wirklich nicht das wie kann ich es tun? es ist einfach kein Problem oh nein 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 bitte nicht jetzt habe ich gleich wieder einen Ohrwurm nein 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 Ich glaube, die Frau ist voll voll. Warum habe ich sie nicht gesehen? Was hast du getan? Ich kann kaum wissen, dass sie die gleiche Person ist. Wer bist du? Terra. Terra, in your heart, do you believe that dreams can come true? I do. But I also believe you have to make an effort to make them come true. Yes, of course. But sometimes just believing in dreams is easier said than done. Cinderella believes her dreams can come true. I wanted her to see that she is right. So that's what made her shine. Faith in her heart that anything is possible. Where did she go? To the royal ball at the palace. Go. And when you see her dancing, you know that she believes. And that will help you to believe too. Jut, meine lieben Freunde. Machen wir an dieser Stelle Pause für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum Ball gehen und auch ein bisschen tanzen. Und wir sagen, haute rein und ciao, ciao.